Dach Dach, und da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft Hexe! Tag! Ich bin auch da! So, wie gesagt, haben wir unsere Medaille geleert. Alle schöne Kisten. Die haben wir schon expandiert, ein bisschen weiter gebaut. Ein bisschen Platz haben. Einfach mal ein bisschen Dreckhöhle gebaut. Willst du dein Bett nicht mitnehmen, falls wir schlafen müssen? Doch, 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 wo ist mein Bett? Hier in der Kiste. Ich nehm mal Reservehalber. Ofen, haben wir da irgendwo ein? Da kommt Minecraft. Da ist ne Schippe. Das war noch mal ein bisschen nix. Wir dachten, dass wir jetzt mal ein bisschen mining gehen. Oder? Dachten wir das? Ja, das dachten wir, das dachten wir. Ich habe gedacht, dass ich denke. Ich habe gedacht, dass ich denke. Aber da dachte ich zu viel. Schwerthammer, Eisenschwert. Mal gucken, was uns alles so unter der Erde erwartet. Ja, wir haben ja Underground B. Oben, da müsste ja auch was drin. Da gibt es ja auch solche Sachen, oder? Ja. Wollen wir mal, hast du einen Button eigentlich schon gemacht hier? Ja, schon drauf. Ich frage jetzt, gehen wir gleich hinter uns da meinen irgendwo, oder? Villagerdorf, da hinten ist ein Villagerdorf. Ja, gehen wir da hin, da kriegen wir was zu essen auch. Und dann meinen wir, wir dort irgendwo runter. Direkt in den Villagerdorf. Das hätten wir eigentlich auch alles zu Hause nehmen können, ne? Dann lass uns doch. Wir machen es einfach so. Wir meinen jetzt hier. Machen unsere Mine dahin. Räumen unser ganzes Zeug aus dem Häuschen um. Und das machen wir dann einfach offline. Tun wir einfach ein Häuschen dahinten. Wir suchen uns jetzt. Ist wahrscheinlich nur eins. Dann ist es ein bisschen wild. Ich spring nicht. Ne, da ist noch eins. Nehmen wir einfach da hinten das als unser Häuschen, oder? Können wir auch machen. Weil das ist irgendwie besser, oder? Ah, jetzt klappt es. Es klappt! Ja! Ja! Dann ist es voll schwer, aber man hilft entweder zu weit, oder zu wenig weit. Gar nicht so einfach. Ui! Was ist das für ein Biom-Schilf, oder? Ah, das ist von extra Biom, was? Voll im Wasser. Gibt es da irgendwie Kartoffeln, oder sowas? Ja, da wäre ich schon ein guter Mietereingang irgendwie. Wo denn? Verhaftig, ja. Oh no! Hier ist ein Häuschen. Hier das, hier das Häuschen, das können wir uns dann Boden, ne den Boden, den werden wir einfach ein bisschen zu machen. Ja, weil das mit dem Wasser ist Katastrophe. Ja, hier ist so ein schickes Häuschen. Mal kurz einen Block hier hinsetzen. Na, hier ist du. Zack. Ich komme da nicht rein. Haben wir schon? Wo ist denn hier? Genau, exportieren können wir auch, falls wir nicht Platz haben. Oder ein zweites, hier ist ja noch eins. Ja. Ja, mal gucken. Noch eins. Da ist irgendwie ein Turm da. Warte, ich krieg da mit dem Blöden was. Villager, was verkauft der? Ja. Okay. Weizen gegen. Ja, ne. Boah, Imara ist auch nicht so schlecht. Da haben wir ein bisschen Aussicht. Ja, da hinten holen wir dann einfach unsere Sachen ab. Naher, gleich. Offline. Und tun die einfach hier unten reinräumen. Ach, hier geht's auch noch weiter. Was ist denn das da hinten? Ah, ein Portage, oder? Das meinst du, oder? Das meinst du, oder? So, hier holen wir meinen gehen, da entdeckt man. Aber, ist ja cool, das haben wir dann alles enttäuft. Das heißt, das können wir alles entdecken. Das müssen wir ja jetzt nicht jetzt. Sollen wir mal reingehen? Hier sind Karotten und Kartoffeln. Fäll, willst du mal ins Tor rein, in dieses Badal reingehen? Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen? Sollen wir reingehen? Dann werden wir nicht alleine gelassen? Dann geht's noch weiter. Da gibt's noch ein zweites Tor. Aber ich will ja nicht jetzt rumgehen. Komm, jetzt rück. Auf die? Oh. Jetzt ist das weg. Ja. Vielleicht noch ein paar mehr von. Wahrscheinlich ist das nur so einmal Geschichte. Rotten. Anpflanzen, damit wir immer... Was hat mich da erzielt? Was hier? Ah Kartoffeln Oh Kartoffeln 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 Oh noch Kartoffeln Auch Kartoffeln Ja die habe ich schon gerade geerntet Die habe ich schon geerntet Hey hier kommt doch leider kein Doppeln raus Ja ist logisch Ja aber das sind doch hier so sehen die Pflanzen Doch aus wenn sie gepflanzt sind Achso ok dann ja aber das andere war nicht Ne nicht alle So aber gehen wir mal rein Dann ist es besser besser Wir wollen brauchen Rohstoffe Von da haben wir ja gesagt Hier? Hier irgendwo ging es weiter ja Wir haben direkt Redstone Ja Kohle auch Wir haben bestimmt für Restpipewire Da müssen wir uns dann auch coiffen Nein Eloy furnace Ja Ja Aber will ich mal zu Nein unser Villager Print Was ist so blöd Was ist da reingelaufen oder was? Oh na ja Idiot ey Ich finde das wie ein Flaschbarn ey Lass die mal wieder rein Ist halt gleich tot Oh du Ochse Der ist dumm ey Ich weiß gar nicht was ich da jetzt finde Was finde ich denn da? Aluminium Oh Das kommt mir bekannt vor Das ist ja wie begrächtig Da ist Lava weg So Und dieser weiße Stein schaut aus wie Marble oder sowas ey Da weiße es irgendein Kersto Oh Was machst du denn auch? Lava ein bisschen Was ist denn der schwarze Stein da? Ja Auch ein Kersto oder? Ja auch irgendein Kersto oder? Deck Granit Ähm Ah Oh hier ist Kohle Der hat nekig diese Lava Oh Die ist dunkel Mir juckt die Stirne Hier ist auch Kohle Oh hier sind wir Alamanten Jaa Alamanten Coole Sachen Ich weiß Ich müsste eigentlich die Schippe dafür nehmen Eigentlich ja aber Es ist immer zu faul zu wechseln Ja Oh Und da ist ne Höhle noch Mackeln wär immer gut Ja haben Holz hast du schon mal Beziehungsweise Äh Kohle Kohle ja Kohle ja Kohle Unter uns ist ein Dungeon oder sowas Shetty mal Unter uns Ja Hier Was ist das? War das alles Ah das ist Semba Hier ist wieder Kohle Was Semba? Kohle ist wichtig Da können wir Da ist er Ja Kohle wenn wir viel brauchen Verwackeln und das kann die ausleuchten Timber ja nichts Ja 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 Ah Semba hab ich jetzt auch bekommen Kohle Wir brauchen viel mehr Kohle Oh Okay da unterhüpfen Ja Bis denn da hab ich mir gedacht Was ist denn das Eis-Kultur oder was? Diese klasse Sachen Kein normaler Cobblestone mehr Irgendwie Ja alles neu ey Komplett Verwirrt hier Das war durchblick was man hier nutzen kann Manche Sachen kann man essen Meine nicht Heimer 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 Darf es oder was? So Fuck ich ein Was ist denn das für ein Stein? Oh Da gehts runter Was ist denn das? Ist ein Block Sandstone Ah das ist bestimmt hier wie so Wie was? Wie so in einer Tropfsteinhöhle oder sowas Ja hab mir auch schon gedacht Das gibt Licht irgendwie Wie Oben sind Schatz Wir können dann eh bald Farmcraft Ja da brauchen wir jede mit Ruhe Ressourcen Ruhe Ressourcen? Ruhe Ressourcen Ruhe Ressourcen Ah Gott wieder irgendein neues Erzieher Geht halt zum Glück Äh da gibt's Knochen zum abbauen Wo? Hier Als Blöcke Komme Knochen raus Was denn hier? Kupfer oder was ist das? Wahrhaftig gibt's Kupfer Was willst du denn hier mit Kupfer? Oh Diamanten Hier Stück Ja aber ich hab so Knochen bekommen aus Ein Block Voll komisch Wieder Kohle Da hat wieder jemand dein Level erreicht Was bauen wir? Tentment Table Verzauberungstable Oh ich hab schon 10 Du? 16 Oh Du bist da heimlich Cheaten du ey Hier ist noch ein Chart Geh mal hier unten hin Ja warten ich bin ja noch bei Kohle jede Menge Ja ich will nur mal gucken hier unten Ich kann mich schon Achso Die Richtung Hinten also genau in ihren Gegensätze ich Jo Ah Redstone Ich war auffassend dass ich nicht dass ich Ich kann denken dass ich kein Jetpack aufhabe Ja das ist natürlich einfach Ganz locker lässig unter mir die Blöcke ab und Kann nämlich auch ganz schnell mal Lava kommen Und dann haben wir nämlich die Scheiße Jo Dann haben wir die Scheiße So dann tun wir gleich ein bisschen was in unserem Backpack rein was wir nicht so unbedingt brauchen gleich Diamanten Ich hab 5 Knochen bekommen Skelettgipfel hab ich auch Bis nur jetzt hin überhaupt Ja hier unten unter ich baue Kohle ab Achso da unten ja Spinnennetz Kohleader Ah es ist Sand Sand brauchen wir ja eh 20 Hier ist irgendein Erz ein anderes Ich baue gleich ein bisschen Sand ab für Glas und so Ja hier jetzt hab ich auch so Knochen bekommen Ja voller Haken ja Echt aus wie Ja das ist wahrscheinlich hier wie so Ähm Wie nennt man die ähm Fossilien 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 ja Fossilien Hab ich ein Skelett Kopf bekommen Ja hab ich auch bekommen Zwei hab ich schon davon Vielleicht braucht man das für irgendwas Da kann man die zusammenbauen Und dann Hab dann aus Aus Ja So Schau mal gucken wir Zeit mal Ja Drei Minuten noch Aber ich denke wir werden dann eh offline auch ein bisschen Mining gehen damit wir dann weiterkommen Ja auf jeden Fall Ja auf jeden Fall weil Sag mal so das erste Mining gehen und ein bisschen Gucken finde ich immer ganz cool wenn Leute da zugucken So weil irgendwann wird's ein bisschen langweilig Was haben wir noch? Wenn offline ein bisschen Mining gehen Ja und sollten wir wirklich mal Natürlich setz dich den Kopf auf du So Seid mal wirklich irgendwas sehr interessantes finden dann können wir ja einschalten Ja Beispiel so wie dieses Skelett hier Zeit ist und Zeit ist live dabei Komm mal Gauabanger ich komm mal ich war tot Bist du da bist das der Schlimmste weg ey Aber diese Dinger da oben verstehe ich nicht Halt Du hast halt mich grad gehauen Ich wahrscheinlich versehentlich Hast du da gekriegt? Da hinten geht's weiter oder? Hast du da irgendwas gekriegt? Ja Schau das ist ein Aluminium Oh Bär wie Basch Das ist ein Push von Aluminium Aluminium Push Ja das ist wahrscheinlich der spawnt wahrscheinlich Aluminium dann oder so irgendwie Eisen ist kass So Das nächste Mal wird's auch bisschen heller weil dann hab ich auch fucking dabei Ich hab jetzt leider keine Ja warte ich kann ja ein paar machen mal Ich hab kein Holz Ja ich hab warten warten krieg's gleich Boah und ich jede Menge Fackeln also manchmal Fackeln jede Menge Da schau guckst du Bin netter Junge Bin da netter Junge Da fuck Bis Ende Ende im Gelände Bin da jetzt irgendwo noch runter? Hier geht's runter aber nicht Ähm Statt Bett machen wir mal irgendein Fleisch oder was Haben wir da irgendwas mit? Ich hab Fl- ne Super ich hab nix mit du Kartoffeln ist ja Doch ich hab Fleisch mit Ich hab rohe Kartoffeln die möchte ich aber jetzt nicht braten und bin Wer? Na ja Weil eh gleich haus ist dann können wir ja nach Hause gehen Oh Wollte ich auch runterfallen Unten waren wir schon oder? Ja Da hinten gab's dann noch so einen Minen eigentlich Na den haben wir halt mal durch Forst Da geht's noch weiter Oder hier unten Redstone 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 Hier runter geht's auch Schau Wow da geht's auch tief runter Wo der? Hinter dir oder? Halt Halt alles Sand aber immerhin Ja es gibt nur ein Gas Vollgas Junge Junge Mensch Junge 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 schreibt uns Nachrichten, Links Sachen, dann können wir uns richtig schön an Spamt uns mit positiven Sachen zu Könnt auch AdCrafts dann die weibliche Rolle übernehmen Könnt ihr ihm ruhig ein Kleidchen geben, ist auch nicht schlimm Ja, ist ein schönes Mini oder sowas, ne Für meine stramme Füße und so Kein Problem, macht nur Ja, gut Dann würde ich sagen Ciao, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal, bye 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 bye